Guck mal hier, ein bisschen genauer. Hier sind noch schöne Stühle. Neu und eingepackt? Ne. Ach, die haben hier gegrillt. Ich glaube, da gehe ich nicht drauf. Hier sind ganz viele Vögelchen. Ja, das war wahrscheinlich mal so eine Mischanlage, oder? Ja, genau. Mal eben gucken, wo ich hinlaufe. Da oben ist auch wieder ein Fenster, eine Steuerungszentrale. Na ja, wenn du guckst von da oben, da kommt ja irgendwie Schornstein oder da wird irgendwas. Wir haben hier wahrscheinlich den Wasserdruck geregelt. 17.870 Liter. Kommst du mit hier lang, oder? Ja? Nein, hier sind schon Fußabdrücke. Ja, das ist dick genug, der Stadeton sollte halten. Ja, mit Sicherheit. Ja, die eine Zeitung, die war von 2010, der Kalender von 2009. Mal gucken, ob wir hier irgendwie rüberkommen, ne? Ja, hier. Ach, jetzt muss man ja noch klettern. Jetzt haben wir hier so eine blöde Treppe entfernt. Ja, aber da gehen wir auf den Brett. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir oben sind. Brett überwunden. Ja, da geht's. Ja, hier geht's noch weiter hoch. Es geht hier noch drei Stockwerke hoch. Du musst kommen. Schellzentrale. Keine Ahnung, vielleicht wenn man da hoch geht, kommt man da rüber. Aber ich glaube, hier geht's nicht weiter. Hier ist Ende. Wir sind wahrscheinlich hier in dieser Luft. Das wird oft sein. Ja, doch. Aber hier geht's weiter. Ja, zehn Jahre. Ja, runter oder lieber hoch? Egal, es ist 88. Vielleicht kommen wir ja hier hoch, wo das vorhin nicht so gut geklappt hat. Mit dem Brett. Weißt du? Hier ist noch eine Jacke, wenn du eine brauchst. Und ein Seil. Und hier geht's vielleicht rüber. Ja, hier ist das Förderband. Ja. Mir ist die Tür umgefallen. Ich hab deinen Arsch gefilmt. Dein Popo. Ja, genau. Zieh mal dran. Zieh mal hoch. Kräftig. Krasser Helm. Ah, guck mal. Das ist für Elektriker. Ja, zieh mal auf. Boah, geil. Scarface. Boah. Sieht hammer aus. Und unten. Ein Zementwerk. Falls noch jemand einen Sack Zement braucht, ich hätte noch 1,5 Paar Lappen zu verkaufen. Na ja, dann kannst du mich ziehen. Ja, ja. Wahnsinn, was die hier überall rausgerissen haben. Da muss ja alles mal irgendwie die Anlagen von Wert gewesen sein. Achtung. Was hast du entdeckt? Bunker? Ja. Schwimmert. Ja, jetzt sind wir unten. Jetzt können wir hier hochklettern. Ja. Ich bin da. Na dann leuchte mir mal in das Förderband ein. Ja, guck mal. Das ist wahrscheinlich von dem Steinbruch. Dann werden die jetzt ja mal. Ich folge dir. Du hast Licht. Oh. Ja. Ja. Ich müsste mal in meine Funzel. Ja, aber hier ist ja Ende. Ja, bestimmt hier reingefallen. Meinst du, das war, das wurde angesaugt, vielleicht? Es geht mal weiter. Hier kommen wir erst mal aufs Dach. Achtung, Löcher am Boden. Uh, geil. Hier ist cool. Damit man mal ein Gefühl kriegt, wie hoch wir sind, wir sind ja genau unter den Fürstbetonbalken, sage ich jetzt mal. Das war's. 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 Geh mal eben. Geh mal. Computer. Du kannst nicht noch auf den Bürostuhl setzen. Du kannst ja noch Waage spielen. Wagenchef. Hier hast du echt alles im Blick. Schimmelkaffee. Hier sind noch ein paar gute Schuhe. Brauchst du welche? Ich guck mal eben auf die Größe. Ah, die stinken aber muffig. Kaffeemaschine. Du möchtest auch einen Kaffee. Betröpft ist. Oh, hier liegt noch geil. Guck mal, Kupfer. Krass, das Ding. Ach, der ist sogar da, der Aufzug. Leuchte. Boah. Wenn die nicht runterfallen. Wenn sie mal die Sekunden zählen, weißt du. Und überall haben die Kabeldiebe schon fleißig die Litzen gezogen. Da oben haben sie den Motor ausgebaut. Da liegt das gute Kupfer. Überall haben sie die aufgebrochen. Die Motoren. Die Motoren. Wie.